KOMON, nicht mitten im Spiel, Alter. Mann, ich verliere nachher noch das Bot-Game. Digga, was mit dem Inter... Alter, wahrscheinlich ist mein Bruder wieder am runterladen. So, einen Hurenzahn, den mach ich fertig. Alter, Mann, was machst du da wieder, Alter? Plätschgucken. Als ob, Mann, das Internet ist mega langsam. Ja, gut. GTA im Hintergrund auch runterladen. Alter, mach das jetzt bitte aus. Ja, gut. Digga, kannst du das nicht bitte heute Abend runterladen? Ich bin grad lol am zocken, Mann. Oh, ja, ich höre schon auf. Mann. Immer jetzt zu GTA runter. Ach so, ja, ja, wieder GTA, klar. Okay. Basierend auf einer wahren Begebenheit.